Wir müssen die Damage machen, 200 Damage wenn wir auf dem Motorrad sitzen oder so. Und anzuprafen. Ist er drin? Ja, genau. Mach auf. Mach auf. Warte, wenn er liegt, soll es ja... Scheiße. Nein, das... Kommt gleich weiter. Da ist er! Was für Damage war das jetzt? Wenn du an einem Fahrzeug bist oder reitest. Hey, Null? Visa Null? Ich saß Null. Wie fährst du? Ja, wo fährst. Hä? Hast du 2 Damage gemacht oder was? Ja, schau drauf, ne? Scheiße. Hm, vor und weiter, oder? Schöpfes Fahrzeug. Ja, du darfst. Ja, du darfst. Was handelst du eigentlich vorratsdrunnen? Nein. Vorratsdrunnen waren nicht verkehrt. Aber ich sieht keiner. Das gab es wohl schon. Ja. Die Zone sollte man auch. Mega City. Bedeutung. Warte. Ähhh... Dann mach ich das mit. Das da? Da ist noch ein Infrarot Damar, falls du wüsst. Gehen wir in die Zone Zu viele Waffen mit Gebäude mit der Explosionserstörung ist so schwer Warte mal Warte mal Was ist? Du musst fahren, ob du das Du hast die Kanonen, oder? Ja Du wirst ja wieder her Aufkloppt und die erste Waffe will ich sehen What? Wenn du 50 Damage hast, dann geben wir es bitte Du musst ja wieder auflogen Du musst ja mal in die Zone kämen Das ist ein Jump Pad Nein, was ist das? Heißt das? Ich schwieg doch Ich guck er weiter zum nächsten Jump Pad Hm, ist die Zone markiert Ach, Schess Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Schüsst, wer? Schüsst, wer? Kollege! Erst dran! Schnau mal ein bisschen mehr Kilo, was soll das? Ich hab mir geholfen Der war in einer Bot oder so Was hat der dabei? Ja Die Zone ist schon wieder ewig weit Oh, ich schießt noch, ja Jetzt sind wir gegen ihn dort hin Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht, oder? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesnipen Oh, der kommt! Boom! Ja Ja Geh runter, vielleicht darfst du da auf die Bambe hochkasten Cool, ja, rein kurz Erst, komm mit dem Bambe Ja Ja, und da Ich hab mir die Granaten da Okay Bist du da? Ah Jetzt baut der da wieder zu, du bist ein Wieso, was ist leicht? Muss ja Ich hab ägsel jetzt da gebaut Dass wir einen Auftrag leichter machen können Mit der Gebäude Ja, ich könnte das mit den Granaten machen Halt kurz Zerstörbjekte mit 100 Geht weiter Natürlich Auf Schau hoch auf, ich bauen müssen Alle da Alle da Jetzt reicht's aber Jetzt reicht's aber Alles da Das ist ein echter Gegner Ja Ich benutze die Granaten, die wir haben einfach Ist hin Hm? Ja Aber ich auch gleich Sohle Ich schau, ob du was zum Heulen gehabt hast Schaut aber schlecht aus Ja Ja Ab in die Zonen Hast du was zum Heulen? Ja Später war 25. Fuß Ja Gar nichts Da sind nur Sniper liegen lassen Scheiße Da ist ein Motorraum, ich sag immer Ja, warte auf mich Jetzt ist da wieder ein Problem Komm schon Ja Sag mal Fahr Boost Ja Ich hab noch gehen nie Wound Was tust du? Ja Ja Der braucht das sonst Kp Ach, er braucht das sonst Kp Ach, rechts Hafti, rechts Hafti Nur zum Gebeide Garne, nicht zum Gebeide Hierher Oh, ich bin gehärter Oder beschütze mich vor allem Weil ich habe 30 kp, brauche ich das Saftl, was da drin ist Bege die Explosion an Hast du schon deine 50, äh deine 100 Oder Wahrscheinlich Es geht Es geht So, jetzt fangt die da bei euch an Oh lol Ja Jetzt hab ich noch geschissen Ich hab die Bahn gehackt Ab in die Zone, Robin Schaden, wenn die Fahrzeuge dazu bin, ey Äh, Minis und Bigis sind drin Jede Menge So, ich werde es ihm Lass mich, ich lasse ihm Ich werde es ihm cheating und mich damit Oh, meinst auch Du bist immer Schaden Sie hin, ich habe nur noch Schade Boah! Was ist die Säah jetzt? So! Hä? Das ist die Säah Ah, da ist ja auch der Insel. Der Insel geht mir nicht. Ich bin ein bisschen lastig. Ich bin eigentlich nicht so, äh, wie ich mich da bekomme. Rutsch! Null! Null! Oh, funktioniert. Ich bin nicht. Ich bin nicht mehr. Welcome to the jungle. Once again. Alter, das ist alles, was ich habe. Hast du da gekauft, oder? Oh, bist du teilweise. Oh, das macht gar nichts. Hast du deine? Wie hast du deine, Junge? Ich habe das Gebäude zerstören. Zerstöre Gebäude mit Explosionen, wenn das für ein Aufdruck ist. Okay. Ops. Ich habe noch wenige Explosionen. Darum fängt der Gegner. Wo? Wo ist er? Was ist der Gegner? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen in Richtung Zone. Dort rum. Dort rum. Dort rum, Miser. Markier. Kommt, dummer. Wahnsinn. Mal fahren mit drauf. Jetzt hinten, Miser. Ja. Zwar leid. Zwar leid. Vorsicht. Ich glaube, ich würde mich verpisten. Ich versuche ihn mit der Sniper zu erwischen. Was ist denn da erwischt? Nein, er hat mich fast erwischt. Ich bin nicht oben gefallen. Naja. Wo sind sie? Ich sehe ihn nicht mehr. Wir sind nicht mehr durch. Dort noch? Was war denn da? Was ist das? Ich habe schon etwas da? Ich bin nicht da. Haben wir uns nicht erwischt. 120 Hext. Robin, zuhne. Geh in die Zone. Mit nach Robin. Das ist nicht da? Ja, das ist nicht da, ich weiß. Mir noch. Das ist halt links von uns, also pass auf. Durch, mach jetzt nicht auf. Flickt einer. Auf die Insel, oder nicht auf die Insel? Nicht auf die Insel, mir noch. Oder noch auf die Insel? Auf die Insel. Nicht auf die Insel! Rift! Nein, nicht das Rift! Nicht das Rift, mir noch. Oh mein Gott. Ist hierhin? Ja, der Putsch dich! Mah! Ja, wo? Nein, 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 bleib steh! Okay. Ich muss den Saft raus aus der Zone, geht auch. Pass auf! Ist er? Außen, sehr gut. Oh, da ist noch ein Team irgendwo. Da muss noch ein Team sein. Heiden, geil. Heide. Leute, da liegen die Regi-Snapper. Danke, bin mit. Das sind noch mythische High-Card-Sachen. Spray nicht mehr mit. Ich muss noch mehr Looten, noch mehr Looten, noch mehr Looten, noch mehr Looten. Okay, mir noch. Zone. Da Lootet auch nach uns. Lootet auch nach uns. Robin, zwei Leute. Was ist? Das sind die, was wir mit der Kanone angeschossen haben. Das ist so lang. Das ist so lang. Ach, sieh mal mehr. Ach, sieh mal mehr. Ach, Robin, du brauchst Hilfe. Ja, ich bin großartig. Sieh mal mehr. Naah. Ich schaute Händel. Ach, ich hab's nicht gelesen. Ach, sieh mal mehr. Ach, sieh mal mehr. Ach, sieh mal mehr. Ach, ich habe nichts gelesen. Ach, ich hab's nicht gelesen. Nein! Ich komme nicht weg! Haben! Oh, ist der Knob, Robin! Ich sitze. Denk was zum Herrn. Du bist der Krone. Wo ist die Krone? Ich hätte nicht mehr liegen. Da ist nichts zu hören. Die Krone liegt. Wo ist die Krone? Er liegt da. Er liegt unten. Ist da noch ein Gegner bei dir? Der zahlt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das war's. Das bringt nichts. Zweiter. Ich kann schon... Die Sturmkraut hat dort eingesetzt. Das ist ein schöner Motor. Ja.